Ich bewege dich nicht. Ich nehme das Sturmgewege. Hier nach vorne. Hier, wir nehmen nicht den Roboter, sondern wir nehmen den da. Soll es die Sturmgewege, die wir brauchen, sind sie zu vermeiden. Ich habe den Abstand, aber wir müssen sie versuchen, sie zu vermeiden. Wir müssen uns vertreten. Mein Gott, ey, wie lange der noch gelebt hat? Wo ist der explodierte Typ? Das ist wohl komplett zerfetzt. Das muss ich machen, wollte aber den dahin tun. Zuteil nach da, ja. Wenn ich ihn nämlich auf F4, so, gut. So, jetzt wissen wir ja, wo uns was erwartet. Können wir schon ein bisschen offensiv. Ah. Ah. Bis zum nächsten Mal. Mein Gott, die ganze Action, lasst mir meine Aufnahme auf 0FPS denken, ey Nur auf die Weichen stellen bei den Zielen, so, jetzt habe ich aber da nichts mehr, jetzt kann ich für die Granaten was anderes einfallen Wo ist der? Wer guckt, ist er aber schuld Na ja, ist klar, dass er mit Schrodmann nicht mehr so viel schaden macht, der Penner Oh Das war's für heute. Was soll verraten die direkt alles? Ich krieg ne Granate So jetzt haben wir nämlich das Und jetzt hoffe ich, dass wenn ich hier hochgehe, alles in Ordnung ist Außer, dass es immer lackt. Mein Gott, woran liegt das nur? Dummdi dummdi dumm Jetzt wollen sie mich natürlich nicht mit dem Bombentyp entkommen lassen, ne? Ne, Schroßflintentyp Ja Sam Ja Wenn du mein Anger bist Ich bin's ned Ich bin's ned Ich bin's voting 1 Mein Gott, wie weit wir zurückrennen, ey. Jetzt renne ich und schieße. Jetzt betreten wir das Außenwäldchen wieder. Fahren zurück zum Phalanx. Bekommen die verbesserten AC-Modelle. Entweder werden die stärker oder die Reichweite wird erhöht. Oder sind sie sogar noch schneller. Oder beides. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich das. Und danach fahre ich zurück nach Wildsprings. Und dann werde ich, glaube ich, mal die Aufnahme beenden. Das ist jetzt gar nicht, wie lange ich wieder zocke. Eine Stunde, zwei. Noch haben sie Glück gehabt. Mein Gott, immer dieser kleine Boiler, ey. Mein Gott, ey. Jetzt bin ich so fett gegen den gefahren. Hey, du. Ich habe was mitgebracht. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Mit diesen neuen Plänen können wir die richtige... Verbesserte AC-Bombenautos bauen. Ich hoffe, die verbesserten ferngesteuerten Bombenautos gefallen dir. Neben einer stärkeren Explosion senden sie auch noch einen kleinen EMP aus. Bestens geeignet, um alle Arten... Oh, das ist nett. Das ist nett. Danke. ...wesonders die der Regierung. Stöchen. Kann gut sein. Auf jeden Fall da wohnt was. Ein bisschen hier vorn, ein bisschen da vorn. Ein paar Schrauben-Sitze. Ein paar Elektro-Bausitze. Und davon können die noch ein paar gebrauchen. Okay. Ja, wir können uns sehen. So. Meine nächste Aufgabe ist, ist einfach nur... zurück nach Whale Springs. Was habe ich denn für eine Aufgabe jetzt? Oh, da steht es wieder. Ein von einen Aufladungen habe ich. Nee. Ich fahre jetzt zurück und danach so. Sozusagen kann man das so als... Folge für Side-Mission sehen. So. Side-Mission Part 1, 2 und vielleicht noch die vom Sheriff. Wow, 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 wow. Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nur eins. Es war weird. Und ich weiß auch nicht, wie sowas zustande gehen kann. Auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Part mit vielen neuen Sachen, neuen Gegnern, die man gesehen hat. Stärkeren Gegnern, die man jetzt nicht so einfach mal abschießen kann. Hm. Reparieren. Ja. Zweis. Ab nach Whale-Springs. Jetzt werde ich nämlich nur noch das hier abgeben. wieder drei rennscheiner so damit ich jetzt speichern und gleichzeitig auf wiedersehen spielzeit sowieso okay über eine stunde wieder okay gut dann sehen wir uns in den nächsten parts wieder und ich hoffe es gefällt und ihr schaltet wieder ein bis dann tschüss